Ey, Digga, wenn du da mal erzählst irgendwas von Kraftsport und zentrales Nervensystem und es dann irgendwie überlastet oder so, das ist doch völliger Quatsch, ey. Kann ich doch einfach gegenstoffen. Äh, also ich mach Small Off, aber zweimal die Woche. Und es funktioniert super. Regeneration des zentralen Nervensystems. Ja, morgen Leute, herzlich willkommen im heutigen Video. Ich will heute einfach mal versuchen, kurz festzuhalten, warum Kraftsport nicht so, ja, einfach regenerativ ist, in Anführungsstrichen, wie Hypertrophie oder Fitness. Ja, also, wenn ich von Kraftsport rede, rede ich von One-Rep-Max-Geschichten, wirklichen Überlastungsgeschichten. Ich hab's ja auch in diesen Sachen wie Small Off und so angesprochen, dass es halt eine sehr starke Belastung fürs zentrale Nervensystem ist. Und das ist, ähm, nachher, wenn die Gewichte halt wirklich dann hochgehen, dass man dann halt einfach das Problem hat, dass, ähm, ja, man halt nicht mehr hinterherkommt mit der Regeneration vom zentralen Nervensystem. Muskulatur kriegt man immer irgendwie so, ja, irgendwann brauchst du da natürlich auch gewisse Regenerationszeiten, aber kriegt man halt gegengestopft so, aber das zentrale Nervensystem nicht. Und warum das so ist und warum ein Hypertrophieathlet häufiger trainieren kann als ein Kraftathlet, ja, also, wenn man jetzt mal einfach nur so das normale Trainingsvolumen oder wenn man diese One-Rep-Max-Geschichten gegenzieht, oder warum ein Kraftathlet sinnvollerweise periodisiert und nicht nur One-Rep-Max ballert oder Zweiersätze ballert oder sowas, ähm, ja, ich versuch's mal hier so ein bisschen zu erklären. So, und zwar redet man ja immer von der neuronalen Feuerkraft auf die motorische Endplatte, ja, so, ähm, damit ist ja eigentlich alles erklärt, ja, wie muss man sich das jetzt also vorstellen? Also, so ein Muskel ist ja kein Muskel, sondern das Ding besteht halt aus Bündeln und Fasern und sowas und letzten Endes kannst du davon, also nicht gezielt jetzt aktiv einzelne Muskelfasern ansprechen, aber der Körper macht das so und das macht er halt über ganz normale neuronale Verknüpfung, das heißt über Elektrostimulanz, also über, ja, Elektrosignale, die er halt quasi ausschickt, so über das zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem und dann hast du halt irgendwo diese sogenannte motorische Endplatte und, ähm, da, ja, wenn du da die Feuerrate erhöhst, kannst du halt mehr Muskelfasern zur gleichen Zeit ansteuern. So, wie erklärt man das jetzt? Ich würde ja Spaghetti holen, aber ich habe keine Spaghetti. Stellt euch also vor, ihr habt so, so eine Handvoll Spaghetti ungefähr, ne, so, das sind dann eure Muskelfaserbündel, könnt ihr euch aussuchen, wie ihr das haben wollt, so, das haltet ihr fest und obendrauf, wenn die so glatt sind, dann ist das so die motorische Endplatte. Und jetzt, wenn du, ich sag mal, Hypertrophie trainierst, trainierst du ja mit, in Anführungsstrichen, weniger Gewicht, ja, oder nicht in Anführungsstrichen, du trainierst mit weniger Gewicht, weil es halt nicht One-Rep-Max ist und, ähm, ja, kannst halt dementsprechend eine 8, 10, 12 Wiederholungen da rausdrücken. Jetzt ist es so, dass du, ja, um 8, 10, 12 Wiederholungen zu bewältigen, das Gewicht runterziehen musst. Wenn du das Gewicht runterziehst, brauchst du nicht den vollen Muskel, äh, um dieses Gewicht zu bewegen. Das heißt, der Körper realisiert, okay, ich habe hier einen gewissen Widerstand, Widerstand X, so, dafür brauche ich von mir aus, ja, nehmen wir 100 Spaghetti-Dinger an, dafür brauche ich 10 Spaghetti. Ja, so, das heißt, er steuert dann halt die 10 an. In der nächsten Wiederholung spricht er wieder 10 an, aber 10 andere und dann wieder 10 andere. Und wenn jetzt 100 Spaghetti hast du, dann hast du bei 10 Wiederholungen jede im Prinzip einmal abgefrühstückt. So, und bei diesen One-Rep-Max-Geschichten wird halt dann, ja, ich sage mal ungefähr, auch so, alles so Daumenwerte, ne, aber es werden 80 angesprochen von mir aus. 80 von euren 100 Spaghetti, es werden gleichzeitig angesprochen. Das machst du dann einmal, das machst du vielleicht zweimal und dann ist der Saft raus. Deswegen heißt es Maximalkraft. Und je besser du wirst, desto mehr kannst du halt ansprechen. Am Anfang bist du halt Hypertrophie-Athlet, da machst du 10, dann vielleicht 12, dann 14 oder was auch immer gleichzeitig. Das ist das, was man halt, weswegen du Kraft trainieren musst. Ja, so zwangsläufig, wenn ihr euch jetzt so wirkliche Gewichtheber anguckt oder so, die sind ja nicht so riesen, riesen Klumpen, sage ich jetzt mal, wie auf der IFBB Pro-Bühne. Wenn du jetzt einen IFBB Pro-Athleten beibringst, alles an seiner Muskulatur anzusprechen, also so 100%, One-Rep-Max-Dinger, dann würden die natürlich unendliche Gewichte fliegen lassen können. Können sie aber nicht, weil sie es halt ihr Leben lang nicht trainiert haben. Wenn du dagegen jetzt einen olympischen Gewichtheber nimmst, so, ist natürlich dann auch noch viel Technik, Bewegungsablauf und so weiter. Oder einen Powerlifter nimmst, so, Eddie Hall oder sowas, der kann natürlich weitaus mehr ansprechen, weil das sein Ziel war. Sein Ziel war immer, möglichst viele davon anzusprechen. So, und jetzt haben wir natürlich dann, ja, irgendwann kannst du halt deine 80 ansprechen. 100 wirst du nie ansprechen können, so gleichzeitig, bumms, so. Weil, äh, das ist Schutzmechanismus vom Körper. Also das kannst du nachher unter Adrenalin, Todesangst, diese Geschichten, das ist das, wo das dann wieder ins Spiel kommt. Das ist auch der Grund, weswegen die Leute sich dann halt, ja, Riechsalz reinnageln, weil Angst dich hemmt. Äh, Adrenalin hast du auch keine Angst, da funktionierst du nur noch. Ähm, ja, was noch? Ähm, genau, diese Trenn-Base, ähm, Testosteron-Suspension, also diese ganz super schnell wirkenden Dinge, die sollen die Aggressivität hochziehen. Durch die Aggressivität drückst du wieder die Angst runter. Dadurch, dass die Angst dann weg ist, kannst du wieder mehr ansprechen. Das führt natürlich auch sehr häufig zu Überlasterscheinungen, so. Das heißt, wenn dann halt, ja, Angst an sich oder Schmerz und Angst sind halt gute Komponenten, kannst du aber in dieser Maximalkraftgeschichte nicht gebrauchen und dementsprechend überlastest du dich da halt auch mal ganz schnell bis dann halt vollständig im Arsch. Also ich hoffe, man versteht das so halbwegs, was ich sagen will, dass du halt in dem Hypertrophie-Bereich immer nacheinander unterschiedliche Muskeln ansprichst und dementsprechend auch unterschiedliche Endplatte, also Endpunkte, sage ich jetzt mal, ansprichst so. Und dementsprechend dein zentrales Nervensystem nicht so hart feuern muss. Da geht nicht so ein krasser Impuls rüber, weil du musst ja nur 10 von 100 ansteuern. Also ist der Impuls relativ klein. Wenn du jetzt natürlich 100 ansteuern musst und alle natürlich jetzt, wenn wir es elektrotechnisch machen wollen würden, alle ziehen den gleichen Strom, du hast eine konstante Spannung und so, dann geht ein viel höherer Strom über diese Leitung rüber, weil du natürlich alle gleichzeitig versorgen willst. hoher Strom ist eigentlich immer damit verbunden, dass du halt, ja, wenn du es, hast eine höhere Abnutzung, höhere Last, höhere Bauteile, Verschleiß, was auch immer. Also, das heißt, wenn du natürlich dann sowas hast, dann hast du halt einfach das Problem, dass du, ja, einen höheren Verschleiß an der motorischen Endplatte hast. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich im, ich weiß gar nicht, im Hypertrophie-Reihe, das ist ja auch egal, die Hypertrophie-Reihe nochmal gucken, dann wisst ihr, wie die Regeneration von Muskulatur funktioniert. Da brauchst du halt dann solche Sachen wie Omega-6, Arachidonsäure, bla bla bla, und natürlich Steroide oder halt, ja, Hormone, die deinen Körper irgendwie dazu bringen, dass er halt schnell diese Probleme halt repariert und wieder regeneriert. Jetzt möchte ich dazu einen Satz für das zentrale Nervensystem, sprich Neuroregeneration, verlesen. DocCheck kann ich euch unten auch nochmal verlinken. Und dann werdet ihr wissen, okay, das funktioniert nicht, ja, denn Steroide funktionieren halt nicht auf das zentrale Nervensystem. Was da bedingt funktioniert, sind Sachen wie Wachstumshormone. Da sind wir dann aber wieder im Bereich, da gibt es keine wirkliche Forschung zu, weil es natürlich keine Forschung gibt, wie kriege ich einen Kraftathleten möglichst schnell dazu, dass er wieder 100% ansprechen kann. Sondern da geht es dann im Bereich so Atrophieerkrankungen, also so Degeneration von Nerven, Wiederaufbau von Myelinscheiden, bla 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 und sowas. Ja, also so, und dann, wenn man sich das dann anguckt, Gliazellen sind nicht immer die gleichen, aber sie werden in etwa gleich regeneriert. Und deswegen kann man dann von da aus Rückschlüsse ziehen, wie das dann funktioniert, dass man halt mit Wachstumshormonen beispielsweise die Regeneration vom zentralen Nervensystem verbessern kann. Aber in keinster Weise so, wie du Muskulaturregeneration verbessern kannst, durch halt ausreichend Essen, bla 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 und Steroide. So, hört, hört, ich verlese. Neuro-Regeneration im ZNS, zentralen Nervensystem. Im Gegensatz zum PNS, also peripheren Nervensystem, ist die Neuro-Regeneration im zentralen Nervensystem nur rudimentär ausgeprägt. Die Neuro-Regeneration wird hier durch die Gliazellen, dann die drei Gliazellen, Astrozyten, Oligonaziten, Mykoglia und das extrazelluläre Milieu gehemmt. Das untergegangene Nervengewebe wird rasch durch Gliazellen ersetzt. Es werden auch keine Wachstumsfaktoren exprimiert, die die neuronale Regeneration fördern können. Aha, keine Wachstumsbeschleuniger, die da halt irgendwie drauf ansetzen. Wie gesagt, HGH ist, ja, ist so eine Testphase, wie auch immer. Also bei einigen Leuten mit Autoimmunerkrankungen, bei degenerativen Erkrankungen des Nervensystems und so weiter, ist es so, dass es halt Vorteile bringt. Wirkliche Studien weiß man noch nicht. Dementsprechend steht hier jetzt wahrscheinlich, gibt's nicht. Ja, und damit haben wir quasi gelernt, dass die Neuro-Regeneration, wie sich das so schön schimpft, also wenn du eine Überlastung vom ZNS gehabt hast, dass es halt dementsprechend lange dauert, bis man halt wieder on point ist. Wenn ihr jetzt also schwere Kniebeuge macht, schweres Kreuzheben, was auch immer. Also damit rede ich jetzt nicht davon, ihr macht jetzt 120 Kilo Kreuzheben und morgen macht ihr 140 Kilo und das ist für euch sehr schwer. Damit überlastet ihr noch nichts. Wie gesagt, diese Feuerrate, dass man da wirklich so hinkommt, die muss natürlich jetzt mal aufgebaut werden über die Jahre. Also das heißt, wenn du jetzt so einen Eddie Hall mit seinen 500 Kilo Deadlift oder was hast, der braucht bestimmt 14 Tage, bevor er wieder irgendwie ansatzweise dahin denken könnte. Wir lassen jetzt einfach mal daraus, dass er auf den Peak hin trainiert hat, dass die Medikamente auf den Peak hin trainiert haben, also hingearbeitet haben, wie auch immer. Dass die Ernährung auf den Peak hin gearbeitet hat, aber er könnte rein theoretisch, wenn alles wieder perfekt wäre, erst 14 Tage später das wieder feuern, weil die Regeneration des zentralen Nervensystems so lange braucht. Ob man jetzt natürlich sagt, ich trainiere danach weiter und trainiere danach weiter schwer, ist eine andere Geschichte, also dann wieder an der Kante, dann hast du natürlich letzten Endes irgendwann genau dieses Problem, dass du halt sagen musst, Burnout, also dieses, ich bin im Übertraining. Weil das ist eigentlich so dieser Punkt, wo einige sagen, es gibt kein Übertraining, andere sagen wieder, es gibt Übertraining. Ich bin der festen Überzeugung, wenn du dein zentrales Nervensystem überlastest, Übertraining. Da kannst du auch nicht mal eben gegen anschlafen, da kannst du nicht gegen anstoffen, da kannst du nicht gegen anessen, wenn du dich immer weiter in diesem Bereich treibst, dann bist du irgendwann kaputt. Dementsprechend finde ich das nicht so sinnvoll. Leicht danach weiter zu trainieren, also dass du halt wieder dann dieses, wie im Hypertrophiebereich beispielsweise, dieses abwechselnde Belastung der neuronalen Endplatte hast, alles cool. Dadurch regst du natürlich die Regeneration von der Muskulatur an, weil du natürlich die Durchblutung förderst, Schlagstoffe, Abfallstoffe, bla, abtransportiert werden, neue Nährstoffe rein, bla, 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 haben wir alle schon durchgequatscht. Aber wirklich sehr schwer danach zu trainieren, macht auch keiner. Es gibt auch keinen wirklichen Plan, der das vorsieht, wenn du Maximalkraft oder Steigerung der Maximalkraft über 100%, also das heißt, wenn du dich auf irgendwas hinarbeitest und dann halt über diese 100% kommst, weil du eine neue Bestleistung aufstellen willst, dass das dann halt eine Woche später schon wieder passieren soll. Gibt es keinen Plan und wird auch nicht funktionieren. Und jetzt wisst ihr warum. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen erklären, warum es eine zentrale Nervensystemüberlastung geben kann, warum man auch nicht im Hypertrophiebereich so schwer trainieren muss, denn ihr kriegt mit diesem Wechsel trotzdem eure ganze Muskulatur angesteuert, wenn ihr clever trainiert. Ihr wollt, dass die Muskulatur wächst, ihr wollt nicht, dass das zentrale Nervensystem über den Strich gezogen wird und gefickt wird. Ihr wollt halt eine dicke Muskulatur haben und die gehen halt auch ohne Maximalkraftgewichte. Maximalkraftgewichte ist halt für eine andere Geschichte. Ansteuerungsrate, das erhöhen, dass da mehr Druck auf diese Endplatte kommt, dass mehr gleichzeitig aktiv wird und damit bummst du dann natürlich die Kraft raus. Aber das sind halt andere Geschichten, da muss man dann halt immer sehen, was ist mein Ziel, wo will ich hin, will ich nur am Strand schön aussehen, will ich Bodybuilder werden oder will ich tatsächlich Kraftathlet sein? Und dann merkt man auch schon, Kraftathlet ist halt, da musst du über viele Sachen nachdenken, wo man sich im Normalfall nicht so wirklich drüber nachdenken muss. Aber das macht das Ganze ja auch schön. In diesem Sinne, mehr Abschnitt zur Saren, haut rein und bleibt geschmeidisch.